okay raus mit uns und noch etwas ich habe die mission noch mal gerade gemacht deswegen habe ich auch keine qualabzeichen da die großen schaden kann zum tafeln schmieden und ich habe ja alle emblems geholt perfekt vergänglichkeit ich habe ich wollte einfach nicht akzeptieren dass ich es nicht geschafft habe vielleicht sind ja du hast irgendwas mit ihr oder du kleiner pädophile ich will neue schlüsselschwerte haben dafür musste ja sehr viel kämpfen das ist ja okay mit 1 naja egal sturmwinde sind sturmwinde aufgeführt und besiege sie ja okay geht klar das ist ein sturmwinde okay die schatzung gibt es fünf ja leute meine besten freunde sind da schon eben geahnt dass wir jetzt alle auf einmal auftauchen werden da kommt er kommt er eng eins davon ist jetzt tut ist es gerade gestorben ja deswegen mag ich die mission ja leute deswegen mag ich diese scheiß verfickte mission ich bin gerade gestorben oder so sie musste ausgerichtet boten ich habe es schon ein aber ich muss ja was will ich sagen da wie was ich kann und ich habe das ganze Essen da wüsste ich ja dann könnte ich schlafen ja ich habe das ganze Essen was ich will was ich will Komm her! Putain, Junge! Komm her! Komm her runter, Mann! Komm her, Mann! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Wie wenigstens in das hier?! Wie wenigstens ein Pugel weghaben! Was ist das? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Komm. Musst du mich jetzt gerade verarschen, oder was? Drück den gefälligsten Mark Komm Ich hoffe ich Bist du nur alleine Alleine bist du gar kein Problem für mich Doch man sieht das gleich Ich bin noch nicht gestorben oder? Nein, noch nicht Jetzt bin ich gestorben Ich bin noch nicht gestorben, ich bin noch nicht gestorben, ich bin noch nie Ich bin noch nicht gestorben, 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 ich bin noch nicht gestorben Ich bin für High Lobe. Ich bin für Happy Dog Lass. Ich bin für Happy Dog Lass. Ich lasse es nicht auf das Glück rankommen, dass ich hier gewinne oder doch. Ich darf jetzt nicht sterben. Wenn doch, habe ich die Arschlotte. Halt die Fresse. Komm runter. Oh, jetzt muss ich auf seine Arte achten. Boah, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Okay, da kann ich durch. Okay. Warum gibt es keine Schatztruhe? Da hat es nicht lange gedauert. Aber was erwartet ihr denn? Und solche komischen Bastarde sind einfach eklig. Was erwarte ich denn hier? Ach, du mächtige Gegner in der Nähe. Ach, wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Und nee. Um den kümmere ich mich nicht. Ich habe schon irgendwie garnt, dass sowas kommt. Ich hoffe, er verfolge mich jetzt nicht. Ich habe mir jetzt schon sowas gedacht, dass so ein mächtiger Gegner da ist. Aber den habe ich schon einmal besiegt. Ein zweites Mal zu besiegen, bringt mir nichts und er hat zu viel LP. Okay. Und seit zweiter hatte ich gar keine Chance gegeben. Wieso richtig eine Chance? Aber das werde ich nicht riskieren. Nee, 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 nee. Das werde ich nicht hundertprozentig nicht riskieren. Falle Elixierrezept. Tag 324. Okay. Wie viele Tafeln Plätze habe ich eigentlich? Ach. Heftig viel eigentlich. Stufen-Doppel. Wer geht da? Kann das hier rein? 42. Habe ich nicht in ihren Magie-Ding hier? Ich brauche sehr viel Vita. 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 Und wie viele Hypotions habe ich? Ich glaube 99 oder so. 42. Die nehme ich alle mal mit. Die kann mich immer gebrochen. Okay, das reicht jetzt. Speichern ab, damit wir diese Mission, also ich diese Mission nie wieder machen muss. Okay, jetzt reden wir mit Sykes. Das kannst du jetzt mal auszuholen. Ja, ich weiß. Sklaventreiber. Verdammt hat mich noch. Da hat mir noch ein Abzeichen gefehlt. Egal. Sammle Herzen. Besiege die glühende Sphäre. Ja komm, ein Schatz drohen und drei Abzeichen. In der Rennerei ist eine glühende Sphäre auf der Fühne besiegelte Musikbar. Und wenn du kannst du allerdings durch blocken oder bestimmte Art von Magie. Okay. Er ist nicht hier, oder? Hier sind zwei Schatz drohen. Bei dem ist ein Gegner drin, deswegen lasse ich den hier einfach mal drin. Habe ich da genau richtig gesehen hier. Der ist auf dem Seite auch sowas. Nee, ist nicht. Okay. Okay, da wartet die ganzen zwei Sphären da drin. Was geht, Kollege? grab die Sphäre. Ja, da. Du bist hier. Ja, die drin. Jetzt war die drin. Nein, nein, nein. Wenn das mich... Wenn das mich trifft, dann bin ich tot. Was hab ich euch gesagt? Du bist der Krieg. Und ich bin schon einmal gestorben. Und das zweite Mal. Genau in diesem Moment kommt der wieder, ist klar. Ja, deswegen hasse ich diese Mission auch so sehr. Ja. Ja. Ich komme. Warte mal. Ich bin nicht durchgegangen. Warte. 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 Die Daher hier. zielst du? Geht denn Feuer auf, oder was ist mit ihm los? Boah, ey! Hey, erst diese komischen Windflüsterer oder diese... Du... Das ist doch echt nicht mein Tag. Die ganzen Gegner sind Kacke. Komm, damit triff ich ihn. Ja, du sollst dich nicht angreifen lassen. Ja, du sollst dich nicht angreifen lassen. Ja, Sigmar ist tot. Und... Was hat eigentlich eben Kampfpusserbild geleistet? Ja! 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 Ach, komm! So, Mann! So, muss der jetzt sterben. Ja, Leute, ich hab bestimmt gedacht, dass ich jetzt getroffen werde. Aber jetzt kommt es. Und jetzt kommt es. Scheiße! Verdammt, das war knapp. Meine Nerven sind im Keller. Leute, ich kann nicht mehr. Boah, ich bin kaputt. Ich bin einfach kaputt. Komm, ja. Hey. Tag, 325, nicht 400. Ach, komm. Und wir sehen uns im nächsten Part.